Andrew Wilson, der Geschäftsführer von Electronic Arts, hat gestern in einem Interview ein paar interessante Informationen zu einem möglichen Die Sims 5 angesprochen, auf die ich in diesem Video eingehen will. In einer Pressekonferenz von Electronic Arts wurde Andrew Wilson gefragt, ob es irgendwann wieder eine Online-Version von den Sims geben wird. Dieser teilte daraufhin ein paar relativ überraschend offene Worte, nämlich dass Maxis über eine neue Online-Version für einen neuen Teil nachdenkt. So soll man hier auf mehreren Plattformen sowie in einer Online-Welt spielen können. Ebenfalls ist den Entwicklern aber auch wichtig, dass alles, was die Sims ausmacht, also die Inspiration, Freiheiten, Kreation und Weiterentwicklung, wie es Wilson hier nennt, weiterhin erhalten bleibt. Damit haben wir schon mal erste Anhaltspunkte, dass der nächste Teil einen wahrscheinlich stärkeren Multiplayer-Aspekt bekommen wird, ansonsten wissen wir aber weiterhin wenig. Für alle Spieler, die weiterhin noch bei The Sims 4 bleiben wollen, gibt es gute Nachrichten, vermutlich wird es sowieso noch einige Jahre dauern, bis wir Neuigkeiten zu einem Nachfolgeteil erhalten werden. Im Juni 2018 wurde schon geteilt, dass The Sims 4 noch mindestens drei Jahre laufen wird, wir haben also bestimmt noch mehr als eineinhalb Jahre Zeit für weitere coole Packs und Updates. Falls ihr euch für meine Meinung zu einem möglichen The Sims 5 interessiert, schaut euch hier links nochmal meine Ideen dazu an. Was denkt ihr über diese News? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.